Hi Leute, anderes Thema noch heute ist einfach Fressattacken, diese Gelüste und sich da so ein schlechtes Gewissen zu machen. Das ist, denke ich, genau die falsche Angehensweise für sowas. Sich dann schlechtes Gewissen zu machen, warum man solche Gelüste hat und so weiter. Und dazu muss man sich halt erstmal das Hintergrundwissen wieder haben, wie das Ganze funktioniert mit Vergiftung, Entgiftung, dass einfach, wenn du gerade altes Essen, irgendwelche Gifte, die du damals zu dir genommen hast, dann kommen auch wieder diese Gelüste auf, diese alten Sachen, die du gegessen hast. Also wenn du früher, was weiß ich, Schnitzel reingehauen hast und dann entgiftet der Körper gerade das Schnitzel, dann träumst du teilweise wieder von solchen Sachen. Du hast eben die Gelüste wieder auf solche Sachen. Und ja, Arnold Ehretz schreibt es eben auch, dass er ganz viel, wenn die Gifte rauskommen, dass dann die Leute ganz oft berichten, dass sie von irgendwie, ja, von den Essen träumen oder einfach die Gelüste auf das Lieblingsessen haben. Es ist ja nicht so, dass der Körper irgendwelche Nährstoffe davon braucht. Es ist wirklich nur das Lieblingsessen, was du damals hattest. Und das ist halt, weil das wieder durch den Körper rausgeht und dann hast du halt wieder die Lust drauf. Aber sobald man die Gifte, umso mehr die Gifte raus sind, dann sind diese Gelüste auch weg. Dann kommt es auch nicht mehr. Und dann, ja, man muss eben auch eine geistige Einstellung, eine andere dazu schaffen. Dass man nicht mehr hier mit dem Essen diese ganzen psychischen Sachen verbindet. Was weiß ich, es ist halt auch einem seit der Kindheit eintrainiert worden. Was weiß ich, du gehst auf den Jahrmarkt, dann gibt es da irgendwie Popcorn, Zuckerwatte und du verbindest diese ganzesten Situationen mit der Umgebung und mit den Gefühlen, die du da hattest. So als Kind, du freust dich, gehst auf den Jahrmarkt oder was weiß ich, du gehst zu einem Fußballspiel, da gibt es eine Bratwurst oder da gibt es Pommes. Du verbindest immer dieses Essen auch mit Glücksgefühlen einfach allein, weil du schon bei so einer Veranstaltung bist. Und sich das erst mal bewusst machen und dann, man kann es ja trotzdem genießen. Bei mir ist es so, ich rieche dieses Essen nur gerne. Ich finde das geil, irgendwie an einem Bratwurststand vorbeizugehen, weil ich früher als Kind gern Bratwurst gegessen habe. Aber deswegen würde ich nie wieder reinbeißen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ich weiß ja, schmecken tut es mir auch gar nicht mehr. Und ja, das ist einmal total wichtig, denke ich, diese Einstellung sich mal wieder bewusst zu machen. Diese Einprägung, die man von Kindes an hat. Und ja, gerade bei diesen Fressattacken, ich denke mal, ja, ich habe von so vielen Mädels vor allem zum Beispiel gehört, die irgendwie in die Rohkost einsteigen und jeder hatte irgendwie eine Essstörung und so. Ich denke, diese Essstörungen und so oder Gelüste, das hat jeder. Und das ist ein natürliches Verlangen vom Körper, wenn der Körper gerade zu stark entgiftet und wenn man das Hintergrundwissen nicht hat, dass es einem nur schlecht geht, weil die alten Gifte wieder hochkommen. Und dann stoppt der Körper das einfach durch Essen. Und ja, das muss man sich eben bewusst machen. Ja, kann man wieder nur Arnold Ehret wieder mal erwähnen. Vergiftung, Entgiftung, sich das bewusst machen, wie das Ganze funktioniert einfach. Auf was ich hinaus will, ist einfach, dass man, wenn man mal solche Gelüste hat und solche Fressattacken, dass man sich da einfach überhaupt kein schlechtes Gewissen machen sollte, sondern das Essen immer genießen soll, wenn man es isst und sich das dann auch mal eine Menge reinhauen. Das ist völlig wurscht. Du musst mir mal bedenken, was für eine Belastung das ja mit deinem Körper ist, wie viel Gifte da jetzt auf einmal reinkommen, wenn du auf Rohkost umstellst oder einfach in eine gesündere Richtung, je nachdem, auf welcher Stufe du halt vorher warst. Ja, dann sollte man eben einfach essen, so viel man mag. Der Körper weiß schon, dass er dann die Gifte, damit kann er sie einmal raustransportieren, weil wenn die ganzen Gifte im Darm sind, dann müssen die auch irgendwie nach draußen. Entweder du machst Darmreinigung oder du isst halt viel. Arnold Ehret hat zum Beispiel auch immer gesagt, du sollst nach dem Fasten, wenn du ein Fastenbrechen machst, sollst du immer viel essen, genug essen, damit es einmal durchkommt und die ganzen Gifte, der ganze Schleim, der ganze Dreck, der sich im Darm angesammelt hat, dass der mit rausgenommen wird. Und ja, diese Gelüste können halt einmal von diesen alten Giften kommen, dass du halt dann genau auch Lust hast, wieder auf dein Lieblingsessen. Ja. Und so als Lösung ist da einfach ganz gut, wenn man dann diese Gelüste hat, dass man sie halt durch was Gesünderes ersetzt langsam. Und dann kommen die Gelüste eh. Dann kommen eben wieder neue Gelüste, einfach mit gesünderen Sachen und es wird dann einfach immer weniger. Also wenn ich, was weiß ich, vorher gern Käse gegessen habe, dann esse ich halt was anderes fettiges, Nüsse oder so. Und da esse ich dann auch so viel ich mag. Und ja, bis der ganze Käse mal entgiftet wurde, dann hat man eben auch diese Gelüste nicht mehr. Und so kann man es eben einfach schrittweise machen, das ersetzen. Und was man eben darauf achten sollte, ist, wenn man Gelüste hat, dass man einfach nicht zu viel durcheinander mixt und zu viel durcheinander isst, wenn man so Gelüste hat. Weil wenn du einfach zu viel durcheinander mixt, dann trägst du deinen Körper immer wieder aus. Oder wenn du springst, dann verändert sich einfach das normale Sättigungsgefühl. Was weiß ich, wenn ich erst einen Haufen Kartoffeln esse, dann bin ich eigentlich schon satt und so, merke aber irgendwie so, bin noch nicht so befriedigt. Und dann wechsle ich zu irgendeinem anderen Essen, dann ist der Körper wieder anders stimuliert und kommt einfach durcheinander. Also lieber dann bei einer Sorte, bei mehreren, also bei einfachen Sachen einfach bleiben. Nicht zu viel mixen dann bei den Gelüsten und nicht irgendwie hin und her springen, dann noch was anderes essen und so. Sondern sich richtig satt essen an einer Sache oder halt an irgendwas einfach gemixtes, in einer guten Kombination. Dann ist das völlig in Ordnung und sich da einfach nicht so einen Stress machen. Das ist das Wichtigste. Ja, auch das, was man sich eingeredet bekommen hat von der Gesellschaft. So, du musst das essen und jenes. Ja, das muss man alles erstmal loswerden, dieses Ding. Und es ist ein langsamer Prozess, dass du das verarbeiten kannst, dass du nicht mehr ja, so dranhängst an diesen Meinungen, was andere denken. Die meisten Leute wiederholen einfach nur, was sie gehört haben über Ernährung und so weiter. Und die Schulmedizin hat halt nun mal keine Ahnung von Ernährung. In einem schulmedizinischen Studium lernst du vielleicht mal drei, vier Stunden was über Ernährung. Ärzte haben die höchste Todesrate. Die sterben früher als normaler Mensch. Und was soll ich von jemandem lernen, der nicht mal gesünder ist als die Durchschnittsbevölkerung. Das Wichtigste, ja, das ist eigentlich immer noch viel schwieriger, diesen ganzen alten Mist zu vergessen, was man gelernt hat, als die neuen Theorien sich zu verinnerlichen und zu verstehen. Weil eigentlich ist es wirklich so leicht. Vergiftung, Entgiftung, das ist alles so, was man wissen muss. Arnold Ehret Lesen, ja. Ja, also einfach kein schlechtes Gewissen haben. Und esst so viel, wie ihr mögt. Aber von was Besserem, als ihr damals ein Gelüst drauf habt. Und dann passt es schon. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.